Tom von Friends for Future wird uns erst einmal vorstellen, was sozusagen die nächste Gelegenheit ist, für wirklich, glaube ich, alle alle auf die Straße zu gehen, das Klima. Ja, Freitag, der 20.09. Global Strike Day. Überall auf der Welt finden wieder Klimastreik statt. Wir in Deutschland und in Berlin sind jetzt schon seit über neun Monaten am Start und meistens waren es SchülerInnen, Studierende, weniger Azubis, leider aber vor allem junge Menschen. Diesmal geht es darum, wirklich alle auf die Straße zu bringen. Das heißt, die ältere Generation, Gewerkschaften sind dabei, ganz viele NGOs bekennen Farbe dabei. Wir haben Kirchenverbände am Start und dass wir unterschiedliche Blöcke haben. Die Blöcke sind über 20. Wir haben einen antirassistischen Block, einen Feminismusblock und wir probieren da eben wirklich alle fürs Klima auf die Straße zu bringen und da gemeinsam zu schauen, wie diese Gesellschaft eben auch aussehen kann. Also für uns ist es ein Höhepunkt der Streiks und gleichzeitig, glaube ich, ein Anfang, um diese ganzen Kämpfe besser zu vereinen. Wir in diesem Raum, die meisten sind, glaube ich, schon interessiert und sind auch bereit, weiterzugehen. Nach dem Global Strike, nach der Demonstration finden auch noch Aktionen des zivilen Ungehorsams statt, ab 16 Uhr. Ihr seid alle herzlich eingeladen, nehmt das Material mit, erzählt es euren Freunden, Omas. Meine ganze Familie hat freigenommen, habe ich gar nicht gedacht, aber ich habe sie auch überzeugt. Ihr schafft das, dass wir noch mehr sind als hier jetzt im Raum. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank. Applaus Ich freue mich auf euch.